Die Wirtschaft in Tarent beruht auf Tätigkeiten, die durch die strategische Position der Stadt mit dem Golf von Tarent verbunden sind. Ursprung Tarent verdankt seine Existenz von jeher seinen Meeren. Das süße und reine Wasser der Quellen, das gemäßigte Klima, die grünen Küsten und der abwechslungsreiche Fischreichtum machten aus der Stadt einen großzügigen und ertragreichen Ort für die Bewohner und einen reichen und sicheren Hafen für die Seefahrer des Mittelmeers. Aus diesen Gründen war das Tarent der Magna Grecia ein wichtiges Handelszentrum, vor allem mit Griechenland und Kleinasien. Besonders im Mapicolo blühte die Bearbeitungsindustrie des Byssos zur Produktion des Purpurs. Obwohl die römischen Eroberer später den Konkurrenzhafen in Brindisi eröffneten, behielt Tarent eine bemerkenswerte Bedeutung und wurde ein Urlaubsort. Der folgende Wechsel von Byzantinern, Goten und Langobarden bestätigten den langen und unerbittlichen Verfall der Stadt. Deren gesamte Zerstörung durch die Sarazenen im Jahr 927 erreicht wurde entschied der byzantinische Kaiser Naiki Voraus II., die Stadt wieder aufzubauen. Die Stadt wurde vergrößert, der heutige Borgo Antico entstand. Der Hafen wurde vom Mapicolo ins Magrande, wo sich der heutige Handelshafen befindet, verlegt. Das Meer wurde Privatleuten und religiösen Organisationen zur Nutzung bereitgestellt. Die Meeresaufteilung durch Notariatsurkunden wurde auch von Normannen, Schwaben und den Anjou fortgesetzt. Die Anjou gründeten in Piazza Fontana das Zollbüro und Porta Napoli wurde der wichtigste Eingang des Fürstentums Tarent. Im sogenannten Roten Buch wurde über die königlichen Zoll- und Fischrechte Buch geführt. Die Fischerei war nur in bestimmten Jahreszeiten erlaubt und es wurde eine Steuer für den Fischfang und den Verkauf auferlegt. Die Fischer grenzten ihr Eigentum mit auf dem Meeresboden des Mapicolo befestigten Pfielen ab. Diese Eigentümer wurden bewacht und bei Verstößen kam es zu Geldstrafen oder sogar Verhaftungen. Während der Herrschaft von Victor Emmanuel II. von Savoyen wurde das Verbot, außerhalb der Stadtmauern des Borgo Antico zu bauen, aufgehoben. Der größte Teil der wohlhabenden Bevölkerung waren Fischer und das Mapicolo mit seiner Fisch- und Muschelzucht ist heute der einzige Beweis. Dieser glorreichen Vergangenheit. Bis zur Gründung des Gemeindebetriebes war das Fischen zollpflichtig, danach wurden auch die Privatbetriebe abgeschafft. Nach 1860 verschwand nach und nach die Kleinindustrie des Büssus der Baumwolle und der schwereren Stoffe. Es entwickelten sich so immer mehr Tätigkeiten, wie Fischverarbeitung, Kommerzialisierung von Ölen, Weinen und Austern. Die eng mit dem Hafen verbunden waren die heutige Wirtschaft, die Fischerei und die Miesmuschelzucht. Der Hafen von Taranto bietet Raum für zahlreiche Fischerboote. Die Fischereiflotte besteht hauptsächlich aus etwa 80 Fischkuttern, die 10 T-Brutotonnage nicht übersteigen. Während die Fischkutter-Schleppnetzfischerei ausüben, fischen die kleineren Fischerboote mit Fischernetzen. Das reiche und großzügige Meer wird von Zahn-, Goldbrassen, Zartenbaschen, Meerbaben, Saatellen, Krebsen und Kalamari bevölkert. Tarent ist heute in der Welt der größte Hersteller von gezüchteten Miesmuscheln. Bei 1300 Beschäftigten werden ca. 30.000 T-Muscheln verarbeitet. Die Miesmuschelzucht charakterisiert seit Jahrhunderten die Wirtschaft der Stadt. So dass die Miesmuschel das gastronomische Symbol von Tarent darstellt. Es wird erzählt, dass die ersten Miesmuschelgärten von La Spezia, Pola Olbir und Schoggia von Miesmuschelzüchtern eingerichtet worden wären. Die aus dieser Stadt emigriert wären. Der Arbeitsplatz der Tarenta-Muschelzüchter ist das Boot. Jede Einzelheit der Arbeitsmethode wurde im Laufe der Zeit verbessert. Am Meeresboden werden 10 Meter lange Strukturen aus Holz oder Metall, Pally genannt, befestigt, an denen dann Seile und Netze befestigt werden. An denen die Muscheln gezüchtet werden. Die hier gezüchteten Miesmuscheln sind besonders schmackhaft und geschätzt, weil sie in einem besonderen Milieu, einer Mischung aus Salz und karstigem Süßwasser, wachsen. Diese besonderen Umweltbedingungen der Meere Tarents sind nicht nur für die Miesmuscheln ideal, sondern auch für Fische und Krustentiere, die zwischen den Pfählen Nahrung und Unterschlupf finden. Während es im Mar Piccolo ca. 18 unterseeische Süßwasserquellen, Citri genannt gibt, gibt es im Mar Grande nur eine große, die zu Ehren des Schutzheiligen der Stadt, Anello di San Cataldo, genannt wird, das Marienarsenal. Das Marienarsenal Tarent, das am Mar Piccolo liegt, wurde am 21. August 1889 in Anwesenheit Königs Umberto I. von Savoyen eröffnet, seit je hatte es in wirtschaftlicher, unternehmerischer, gesellschaftlicher und städtebaulicher Hinsicht eine bemerkenswerte Einwirkung auf die Stadt. Das Arsenal wurde für den Bau von Kriegsschiffen geplant und gab so während und nach den zwei Weltkriegen, sowohl auf nationaler wie auch auf alliierter Ebene, einen entscheidenden Beitrag zur Ausbesserung und zum Wiederherstellung militärischer und ziviler Schiffseinheiten. Im Marienarsenal werden etwa 200 Soldaten und 2300 Zivilisten in zahlreichen Abteilungen beschäftigt. In der Nachkriegszeit wurde es notwendig, den Marienstützpunkt ins Mar Grande zu verlegen, um der Flotte eine größere Beweglichkeit zu ermöglichen und um die Auswirkungen, die das Öffnen der Drehbrücke auf die Stadt hat, zu verringern. Die neue Flottenstation wurde am 25. Juni 2004 eingeweiht. Die unter italienischem Kommando stehende Basis, die auch einige Einrichtungen der NATO hat, liegt im Mar Grande bei der Ortschaft Chiaparo und ist in Tarent das beeindruckendste Bauwerk der Nachkriegszeit. Der auf staatlichem Landbesitz stehende Stützpunkt erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 60 Hektar. Von 1989 bis 1995 wurden zwei Millionen Kubikmeter Erde ausgehoben, um Platz für den Bau von neuen Mullen- und Kai-Anlagen für insgesamt 20 Schiffe zu schaffen. Es wurden zwei Tunnel gebaut, über die elektrische und hydraulische Anlagen versorgt werden können und die auch der Datenübertragung, der Verladung von Brennstoff und zur Sammlung der Bordabfälle dienen. Die Arbeiten von 1997 bis 2003 betrafen die Logistik, die Materialerhaltungsanlagen und Lager, einen Kontrollturm zur Regelung des Verkehrs in der Rede, einen Helipod und ein inneres Straßennetz von 4.750 Meter. Punkt. In der neuen Flottenstation können bis zu 4.000 Personen beschäftigt werden. Die Kai-Anlagen und die Docks im Mar Piccolo werden auch weiterhin militärisch genutzt. Die Stahlindustrie. Ende der 1950er Jahre wurde über den Bau des IV. Stahlzentrums Eitel-Zaida entschieden und 1965 wurde es vom italienischen Staatspräsidenten Giuseppe Saragat eröffnet. Es ist einer der größten Industriekonzerne der Steibe und Verarbeitung in Europa. Der Komplex liegt in der Nähe der Mole Sankt-Cartaldo und hat eine moderne Struktur zum Löschen von Rohstoffen und zum Verladen von Fertigprodukten. Dieser Stahlkoloss hob in jenen Jahren die stillstehende lokale Wirtschaft und trug zur Entwicklung zahlreicher industrieller Tätigkeiten und der damit verbundenen Dienstleistungen bei. Tarent verwandelte sich von einem ruhigen Provinzstädtchen in eine große Industriestadt, eine der ersten Städte, was das Pro-Kopf-Einkommen betraf. Für diese Industrialisierung bezahlte die Stadt den hohen Preis des Zubetonierens des Gebietes, der Luftverschmutzung und der Umweltveränderung des Mar Piccolo. Im Laufe der 1980er Jahre führte die Weltkrise der Stahlindustrie und die Erfindung neuer Materialien die Stahlgruppe in einen unerbittlichen Verfall. Dem 1995 die Privatisierung mit darauf folgenden Problemen der Umstellung und Abnahme der Beschäftigung folgte. Das Stahlwerk von Tarent erstreckt sich auf einer Oberfläche von 15 Millionen Quadratmeter. Auf dem Gelände gibt es ein 200 Kilometer langes Bahnnetz, ein 50 Kilometer langes Straßennetz, ein 190 Kilometer Förderbänder, fünf Hochöfen und fünf Umsetzer. Die FAZ bezeichnete im Juni 2013 das Riva-Stahlwerk Ilva in Taranto als das größte in Europa. Die italienische Regierung hat mit einem sofort wirksamen Regierungsdekret die Eigner des größten europäischen Stahlwerks der Führung ihres Unternehmens enthoben, ein Zwangsverwalter soll die Sanierung vorantreiben. Er führt nun die Konzernholding der Riva-Gruppe. Der Hafen der Hafen von Tarent liegt an der nördlichen Küste des Golfes von Tarent und hat sowohl in strategischer wie auch in kommerzieller Hinsicht eine wichtige Rolle. Die Anlagen des Handels- und Industriehafens liegen im Nordwesten des Margrande. Die ultramoderne Anlage ist der Container-Terminal mit telematischem System und Tower, der eine Frachtkapazität von ca. 2 Millionen TEU hat. Im Margrande gibt es eine unterseerische Rohölbeförderungsanlage, die die Raffinerie mit Rohöl versorgt. Die Struktur des Hafens von Tarent. 8.616 Meter Keis, von denen befinden sich 1.560 Meter im Handelshafen 5.056 Meter im Industriehafen 2.000 Meter im Container-Terminal 1.120 Meter Erdölanlegebrücken 2.737.700 Quadratmeter operative Flächen sind wie folgt aufgeteilt. 1.046.400 Quadratmeter im Handelshafen 691.300 Quadratmeter im Industriehafen 5.500 Meter im Industriehafen 7ciu-Terminal 10.200 Meter im Industriehafen